Ja, hallo, ich bin Starscam im Start, heute mit einem neuen Video und zwar heute gibt es euch wieder eine Folge, voll geil, zusammen mit Steely Breeely, was geht? Und Steely, was geht mit meinem Tänk doch hier auf dem Start, weil es so warm ist. Leute, guck mal bitte, Steely Breeze Tryhard Skin an, der sieht zu krass aus und ihr seht auch schon mein Skin und zwar, ich hab ihn mir endlich gekauft, den legendären Ninja, nämlich ich hatte ihn im eigenen Shop drin gehabt und ihr seht es auch hier, für 5 Kronen musste ich mir das Teil kaufen, aber der sieht so unnormal nice aus. Und mit dem werden wir jetzt spielen, Freunde, und ich werde euch auch in diesem Video noch ein paar anderes drin zeigen, ich würde sagen, Abfahrt. So Leute, erstes Spiel, Türlauf, kennt ihr da von euch, easy peasy, einfach durchrennen da, die Idioten vorrennen lassen und wir dann einfach hinterher, boah, guck mal bitte, wie der Ninja aussieht. Leute, das sieht so mächtig aus, das sieht zu wild aus, ich sag dir ganz echt, der Skin ist schon, der ist schon flexmäßig. Der ist echt krank. Ich merke, wo du bist. Ich bin einfach nackt, Digga, ich hab irgendwie nur was angemalt. Ey, nein, nein, er hat einfach auch billowmäßig was angemalt. Ich bin einfach nackt, Leute. Kein Geld für Outfit. Boah, der Konos-Cheater oder was? Nee. Oha. Das sieht ja was? Wie ein Speed-Tacker? Nee, nee. Oh. Oh mein Gott, nein, 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 ich sag dir, das Kind sieht so nice aus, sieht richtig lustig aus. Ey, da hat es auch in der Lila Ninja, was ist das? Schiebung. Ich sag euch, Leute, der weiße Ninja, das ist ein Special, der Lila. Ey! Nein, nein, ich hatte nicht. Das war's, glaube ich, mit dir, oder? Das war's, ja, das war's. Ja, aber du's auch, Digga. Lo, 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 lo. Nein. Oh mein Gott, ich bin gut vorgejumpt. Ich weiß, dass du es geschafft hast. Ich bin hinter dir. Doch, 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 doch. Das wird's, das wird's, das wird's, das wird's, das wird's, das wird's. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Aber knapp, 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 knapp. Ja, das ist so arm hier als Game. Ich hasse dieses Game als erstes Game. Ich war fast letzter gewesen. Ja, ich hab's gesehen. Beim Netz über alle so rübergejumpen, dann haben sie ein bisschen hoch teleportiert noch. Müssen wir rauspächen. Weil, wann kommt eigentlich jetzt links da? Schau dir, wann kommt jetzt eigentlich der neue Modus? Updates soll eigentlich heute kommen. Die haben jetzt aber, wie gesagt, geschrieben, ja, ist noch nicht das, update, dies, das. Richtig komisch. Ja, schade. Finde ich ihn groß an, heute update, aber vielleicht kommt's auch in der Nacht oder so, wer weiß. Ja, das Ding ist, das Bild wurde hier eigentlich schon noch angezeigt. Ach so, hier wurde's angezeigt, oder was, kurz? Ja, ja, ja. Ja, das wird manchmal angezeigt, ja, ja, das ist ja auch schon drinne. Okay, das Spiel Rollfeld. Shit. Rollfeld, Leute, ein bisschen Rollerblades fahren hier, easy peasy. Das Ding ist halt mit echt vielen Leuten. Ja, das ist echt ein bisschen extrem. Egal, ich geh direkt wieder die Außenpolitik aktivieren. Ja, ich brauch auch die Zentimeter. Ja, ich sag dir, jetzt sieht so sick aus, wie du das richtig nice. Mit diesem angemalten Eifern. Ey, der Einer, ich wächst fest hier, was mit ihm los? Oh, no, 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 no. Ey, das sieht so lustig aus. Ich bin so, ich bin einfach, ich glaub ich gerade nicht. Wie so eine zweifarbige Bohne. So, traust du dich rüberzuspringen? Ich mag's. Oh, oh. Traust du dich da rüberzuspringen? Oha, nein. Oh, mein Gott. Ich flieg runter, weil ich dir zugeguckt hab. Nein. Ich flieg runter, weil ich dir zugeguckt hab. Aber das war Crank, denk ich, ja, scheiße, scheiße. Das war so ein weiter Jump gewesen. Ich hab gar nicht gedacht, dass ich hab, okay, glaub ich war alleine. Aber guck mal, wie viele da ausgeschieden sind. Guck mal, da ist der Papagei. Oha. Warte, warte, ich guck mal, ich hab das Unterteil von diesem Papagei. Ey, ich sag dir, wenn du Papagei-Fool hast, dann ist krass. Ja, ja, ja. Guck für den Typen bitte da. Oh, schon durch? Hä? Ja, also je. So schnell. Guck mal, hier, das mach ich, den gelben, gelb-schwarzen. Siehst du den? Ja, ja. Oha. Das sieht auch krass aus, die Tarnik, fand ich. Oh, diese Dings da. Ja, das sind so diese, einfach diese Muster, die voll wild aussehen, finde ich. Nein, nicht 10 Spiele. Oha. Aber du kannst vielleicht direkt jetzt damit ins Finale, das sind voll viele Spieler, ne? War 24, glaube ich, oder? Oha, was? Warte mal. Wie waren das jetzt? Ich glaub, das waren viele noch, ja, ja. Eigentlich safe, eigentlich safe. Guck mal, die Tarnung von dem Weiß, die find ich auch geil. Aber die Papagei-Tarnung, den halt ich fest, den halt ich fest. Komm her. Guck mal, er traut er sich nicht. Ey, ich bin doof, ich bin doof. Nein. Aus dem Weg. Guck mal, das ist auch ein lila Ninja. Mach kein Auge, Digga. Aber er hat nur... Ich bin der wahre lila Ninja. Junge, Junge, Junge. Jungs, aus dem Weg hier. Ja, und Papagei wird so safe runterfliegen, weil der... Oha. 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 Er hat Hinkaktivität. Er kennt den Weg. Oha, er kennt nicht den Weg. Okay, rechts, rechts. Nein, der kann nicht fliegen, schade. Jetzt geradeaus. Oh. Na vorne, 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 vorne. Let's go. Oh, die war eine Fremdgewicke. Ja, die haben es nicht. Ich wollte mich nicht durchdrehen, dann hätte ich mich wahrscheinlich runtergefallen. Also ich hatte echt noch Zeit, so dies, dies, dies. Ich sag, Berkspitze kommt jetzt. Oder Fußball, sieben gegen sie. Kann auch sein. Ah, das könnte auch sein. Aber ich glaube, Fußball, komm mal, die Games gehen halt richtig schnell, ne? Ja, eigentlich schon. Die sind gerade so eine ultra-fast-Round. Oh, da kommt der Hexagon, Hexagon, komm. Hexagon. Ich hab ein bisschen trainiert, Hexagon. Blau, blau, blau. Let's go. Komm, Shani. Sag mal, jetzt den wahren Ninja jetzt hier. Oh, oh, guck mal, die machen eigentlich auch schon. Oh, schön, die macht pressure. Die macht schon pressure, aber sehr gut, sehr gut. Oha. Einfach hier gedribbelt. Das Ding reingedribbelt aus dem Weg, Jungs. Dribbelstil. Oha. Jies. Schöne Flanke rein. Schöne Flanke rein. Und der zieht wieder von hinten. Jetzt kommt der. Standard, das geht gut. Oh, shit. Oh, nein, nein. Einer macht wenigstens den Torwart rein. Ja, da geht auch gleich einer rein. Den holen wir uns. Nein, mach kein Auge, Digga. Oha. Ja, wichtig. Duell gewonnen. Kopfball-Duell gewonnen einfach. Jungs, immer weiter hier. Ich bin der Einzige. Warum? Wo sind die anderen? Jungs, die müssen die Ball reinmachen. Aber die machen gut. Oh, jetzt. Jetzt. Pass auf, Stiel. Oh. Der war so richtig gut. Der geht. Oh, einfach gedribbelt. Der war so wichtig. Und da kommt der Nächste und rein. Komm, da können die nichts machen. Doch, was? Die retten den. Jetzt, pass auf, pass auf. Oh. Oh, nein. Ja, jetzt knallst du richtig in die Bude. Hast du eigentlich schon mal das goldene Ei hier mittlerweile gehabt? Ey, was macht der? Hab ich noch nicht gehabt. Was macht die Taube? Die macht E-Motes. Die Taube hast gesehen? Der Idiot hat E-Motes gemacht, hat sich gefreut und fasst das Eigentor hier. Oh, aber okay. Man nimmt es auch noch rein. Was? Der macht die E-Motes. Na, ist schon mal gut abgewehrt. Hier schon in die Mitte geflankt. Das Ding, mach das doch rein, Jungs. Hast du den goldenen Eichen gehabt hier, oder? Nee, nee, hat es noch nicht gehabt. Der ist so legendär. Der ist legendär als alle Skins. Oh, und noch einen rein. Nein, der goldene Ei, Freunde, bringt fünf Punkte zu wild. Du hast so viel rückständiger und auf einmal, bam. Einen so ein Ei rettet einfach komplett das Leben. Oh, noch einen rein. Oh nein, nein, nein. Oh, die Mann zwei rein. Nein, nein, nein. Nein, nein, nein. Alles gut, alles gut. Alles gut. Die müssen eigentlich jetzt nur noch defensiv sein. Naja, aber die werden hier ein bisschen zu wild, meine Blauen. Naja. Die sind alle blau, glaube ich. Tja, das. Raus damit. Raus damit. Raus damit. Let's go. Das nächste Tor. Ja, okay. Es gibt hier nur ein Ninja. Na, oh. Noooon, das Bastard. Das ist hier ein Spiel, wo viele Tore halt fallen. Bisschen spannender zu machen. Ja, die meisten machen auch schon der Mitte. Boah. Oh, was soll das für den Ding? Jungen. Wenn ich nochmal machen. Nein. Alter. Tore einfach gefallen. Ja. Wildes Tore. So, es müsste jetzt eigentlich King Tower sein, hier die Spohnspiel. Bergspitzenlachse? Ja, ich hoffe aber für dich. Ich hoffe weggehext. Bergspitzen ist immer so ein bisschen. Weggehext und schweißt, wie sehe ich meine größten Chancen bei Bergspitzen ist immer so ein bisschen. Ah. Ich bin wieder hinten. Ich werde hinten sein. Aber heute habe ich den Ninja. Heute bin ich vorne. Eigentlich nicht, du bist safe vorne. Ja. Aber links. Ah, schwierig. Ist gut, ist gut, ist gut. Soll ich links kein Team oder soll ich mich lieber rechts orientieren? Nee, geh hier einfach links und nach. Geh bei dem zweiten, wo dieses Teil sich dreht, musst du dann rechts gehen. Okay, warte, ich sag dir gleich. Okay, okay, okay. Geh einfach gerade aus, jetzt sofort. Aus dem Weg, die Fettsäcke. Hä, warum bin ich hingefallen? Nein. Warum bin ich hingefallen, sag's mir. Egal, 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 ich weiß nicht, egal, scheiß auf. Lauf weiter, sauber, sauber, sauber. Schaffen wir, easy, Leute. Der erste wird eh gleich getroffen. Oh mein Gott, das war crack, das war crack. Du musst dich runtergeflogen, alles gut. Links, 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 weiter war links. Und du hast rechts, oder? Links, links, nein, geh einfach links, da tropfen, geh einfach links. Links, nichts, ganz links, außen. Ja. Ganz links, außen, das andere, ja, perfekt. Sehr schön. Jetzt rechts, da rechts, da bei diesem Ding, rechts, rechts. Nein. Nein, rechts, da zu gehen bist du. Ja. Ist egal, ist egal, Kronos um, Kronos um. Ich hab dich, die haben, ich hab dich. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ich hab's nicht, hab's nicht. Was? Hä? Das verstehe ich nicht. Das ist, Leute, weil die Server auch lecken und man sieht das nicht und man denkt, das Erster aber ist gar nicht Erster. Schade. Schade, ist egal, Leute. Nächste Runde, Abfahrt. So, neue Runde, neues Glück. Und jetzt haben wir auch direkt den Chrysalmaisel bei Lieblingsgame. Ich predikte, ich uns zielt Platz 1 und 2, würde ich sagen. Weil wir einfach cracked sind in dem Game. Genau, das Ding, Shani und ich haben hier jetzt eine maximale Taktik. So, wir werden direkt durch die Mitte gehen. Shani, bist du dabei? Ich bin dabei. Okay, oh, nein, ich hab nicht den Megaschub bekommen. Sehr gut gekickt worden. Oh, du bist richtig gut, glaub ich. Nein, Shani, ich wurde nach hinten gekickt. Schade, sehr schade das halten. Ich wurde so... Ich bin gestolpert. Aua. Aua. Du bist auch wieder bis nach hinten. Aua. So, locker. So, Leute, aber das ist so viel los hier. Oh Gott, trotzdem geschafft. Einfach Move mit Gott. Ich auch, oh mein Gott. Oh mein Gott, bei mir auch, bei mir auch, bei mir auch. Das klipp ich auch gleich, das war zu krank. Äh. Fett. Ich klipp einfach. Guck mal, hier sind die Loser mit den weißen Ninja-Kostümen. Schade, ey. Das ist so weiße Ninja-Kostüme, ich weiß nicht. Also, würde ich mich gar nicht mehr anziehen, zu trauen. Also, ganz links, sagst du, ne? Ey, die Kanten können alle schon die Taktik hier. Guck. Ja, ja, irgendwie schon. Guck hier. Siehst du, die ist losgekloppt. Ey, das ist die Meta. Schade, ey, da waren zu viele gerade. Ich hab's dir gesagt. Ist hier, Digga. Nicht Erster, aber Top 5. Ich wäre Platz 4. Nice. Steely. Ich war's noch, bevor es voll du weckst. Ey, dich vordrängeln. Ey, Null. Ich hab's festgehalten, dann zack, 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 zack. So, Leute, jetzt werden hier einige rausgekickt. Auf Wiedersehen. Nein. Ey, je. Alter, guck mal, der eine sieht auch geil aus mit dem roten Baseball-Outfit. Boah, das hab ich so auch noch nicht gesehen. Boah, das ist voll auffällig. Ey, warte mal, stimmt. Rot. Rotes Baseball-Outfit. Das hab ich so noch nicht gesehen. Ich hab's raus. Loil. Es gibt ja so viele verschiedene Varianten jetzt davon, ne? Das ist eigentlich krank. Ja, es gibt so die normalen, der legendär. Und jetzt haben wir hier wieder das Luck-Game. Warte. Das macht keinen Spaß, wenn ich das game. Ja, das ist einfach echt. Also, ich hab's trotzdem, wie ich hab's trotzdem, aber ich sag dir ehrlich, Es bockt mich auch nicht, das ist wirklich so Luck hier halt. Oh, wo stehen wir? Und ich bin wieder vorne. Hä? Was ist los? Ich bin... Oh, ich bin da richtig weh. Jetzt geht's. Du bist ja alles klar. Ja, ich bin gut, ich bin gut. Boah, mein lila Skin, Leute, der sieht so nice aus, der lila Ninja hier, ich sag euch ehrlich. Nice. Boah, sehr gut. Nochmal abgetürftet hier. Oh, ist die die ganz vorne, ist die die? Let's go, nein! Ich hab's nicht richtig weh genommen. Ey, guck mal, das war nicht, Leute. Ihr seid trotzdem vorne, werdet ihr einmal weggetrampelt. So, wer wird sein, wer wird sein? Ich vertraub. Nein, es ist rechts, beides. Rüber! Ja, richtig durch, nicht, dass man weggetrampelt wird. Nein, 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 nein. Oh, nochmal, dieser Hahn ist einfach... Nein, ey, die haben hier... Die schmeißen... Nein, guckt euch das an. Stil, mach hin, ne? Ich bin ganz vorne, ich bin ganz vorne, ich bin ganz hinter dir. Guck mal, das Land! LoL, du hast zurück, Johnny! Du gehst wieder zurück! Ja, ja. Schade einfach. Ey, guck dir das an. Boah, das ist halt echt... Guck mal, guck mal. Die rollen hier einfach wirklich. Jetzt musst du springen. Unser Genick gebrochen ist. Jetzt springen! Oh mein Gott. Locker. Aber guck, zack, 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 alle rein. Ja, ja. Guck mal, wie schnell das jetzt geht. Drei, zwei, ein... Wir haben es knapp geschafft. Ja. Schnapp! Schade. Ich sag Rock'n'Roll. Ja! Ich liebe das Spiel. Der Kraxler! Ich liebe es. Kraxler, Kraxler, Stani ist am Start. Der fleischhackende, hassende Zaka jetzt kommt. Ja, das kommt auf... Ich sag dir ehrlich, das kommt hier auf Positioning an. Aber eigentlich ist es mittlerweile gut in dem Spiel. Naja, ich bin ganz hin. Guck mal, du hast... Du kannst ja abgürzen nehmen. Ich muss nochmal gehen. Ich bin ganz einfach. Ja, wichtig Leute. Wichtig, wichtig, wichtig. So hoch. Du hast es geschafft. Oh mein Gott, du bist cracked. Ja, cracked Leute, cracked. Zack, 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 zack. Werden die von den Leuten rüber geschubst? Oh. Ich hab's auch. Hier werde ich auch Abkürzung nehmen. Nein. Bah, ich bin erster, ich bin erster Stil. Du bist erster? Ja. Oh mein Gott. Erster, ich bin Vleng erster. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Nein, ich hab's auch. Oh mein Gott. Wichtig. Ich stand hier bisher richtig weit oben, glaub ich, oder? Ne, ich seh dich, ich seh dich, ich seh dich, ich seh dich. Bam. Nein. Schlecht Leute, warum hab ich da reingechokt? Komm. Oh. Ja, ja. Let's go, let's go, komm, komm, komm. Let's go, ich bin erster. Ich bin erster. Ich bin erster. Stark, stark, stark. Stark. Du bist auch gut. Ich hab da reingechokt einmal. Alles gut, alles gut. Let's go. Rein hier. Mach du, mach du, ich mach hier. Leute, ganz in Ruhe. Jetzt keine Panikoffizierer haben. Die sind gut vorne. Ja, ja. Hier ist jetzt eh die Zeit. Hier braucht man einfach auch nicht Druck machen. Hier braucht man sich keinen Druck machen. Oh mein Gott, oh mein Gott. So, zack. Ganz locker durch. Und hier auch kein Druck. Boah, der eine ist richtig mutig. Oha. Ich bin erster. Ja, ich warte hier auf dich. Ja, Leute. Warte, ich halte den einen fest. Oh. Ich halte den. Oh. 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 Ich muss reingehen bevor. Nein. Geh rein. Oh mein Gott, Gigi ist sauber. Nice. Ey, warte. Wir können direkt jetzt im Finale sein, ne? Das könnte echt sein. Warte, warte, warte. Warte, warte, warte. Warte, warte, warte. Wir belieben. Warte, warte, warte. Guck mal, wie sieht das? Oh nein, mit seiner Badehose. Mit seiner Badehose. Er hat. Er hat passiert. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Er schafft. Yeah. Let's go. Nein. Ich sag, es kommt noch ein Game. Ich sag, es kommt noch eins. Ja, Kraxler ist einfach immer für die Baba-mäßigen Leute. Oder Weg-Gags, komm. Weg-Gags könnte ich mir auch vorstellen. Weg-Gags? Ich glaub nicht, dass das Bergspiel kommt. Glaub ich nicht. Oh, yes. Warte mal. Warte, wir müssen jetzt wirklich hoffen, dass wir 5 gegen 4 spielen. Warte, Shani. Siehst du meinen Hunker? Nein, wir sind 4. Wir haben einen mehr, Leute. Nein, warte, warte, warte. Vielleicht bin ich... Nein, wir sind... Doch, wir sind 4. Wir sind blau, wir sind blau, wir sind blau. Scheiße. Ist egal, ist egal. Ich hab mal trotzdem. Okay, ich geh direkt ins Tor. Okay. Aber es wird schwierig. Ja, ich werde hinten ein bisschen aushelfen. Der eine ist gar nicht so schlecht. Wir haben hier den Baseball-Screen. Huh, huh, huh. Kaum ist auch gut. Okay, sehr schön, sehr schön, sehr schön. Ja, wir machen gleich einen rein. Ja, ja, ja. Oh, schieß den nach vorne, schieß den nach vorne. Einer geht rein, einer ist rein, einer ist rein, einer ist rein. Ich hab nach vorne. Oh! Stark, stark, stark. Oh mein Gott, sie hat Flanke erreicht! Nein! Du! Wie hat er den gerettet? Ich weiß nicht, er ist Pro. Aber Digga, das war so eine Flanke grad rein. Ich hab's gesehen, ich hab's gesehen. Ey, der eine hält mich fest, lass mich in Ruhe. Nein, 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 es sind zu viele, wir werden hier. Ja, wir haben ihn da vorne, sehr gut. Ja, sauber, ich hab ihn noch einmal. Ich muss, ich geh mit nach vorne, ich geh mit nach vorne. Der geht rein, der geht rein. Hier vorne, vorne noch einer. Schau, ich geh mit nach vorne. Da links, da links. Da hinten. Ich, äh, na. Digga, ich mach den rein, leider rein. Echt? Er geht, er geht, er geht. Nein, 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 nein. Das gibt's nicht. Das gibt's gerade nicht. Ich mach wieder hier, Flanke rein. Ja, ja. Stark, der eine ist auch gut hier. Aber, oh, die musst du holen. Steely, die musst du holen. Hol die. Oh, was? Nein. Ich hab... Nein, nein, ich hab die. Nein. Das war gut, das war gut von dir. Nein, das war gut von dir. Ich helf ihn, ich helf ihn. Ich geh vorne, ich geh vorne. Er geht rein, er geht rein. Ja, oh mein Gott. Ey, ich sag dir ehrlich, der Baseballspieler ist wirklich crack. Der Baseballspieler ist wirklich crack. Ich sag dir ehrlich, der ist der Beste. Ja. Er macht noch einen. Er macht noch einen. Ja, wir machen. Ja, ja. Oh. Oh. Der eine ist hier. Ich halt ihn fest, ich halt ihn fest. Gut, 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 gut. Ich bin hier mit Taube vorne. Schafft ihr das hinten? Ja, ich... Oh mein Gott, Taube ist crack. Nein, crack, crack, crack. Ich bin hier... Oh mein Gott. Hier, rückpasst euch. Wieder einer. Direkt rückgeschossen. Oh mein Gott. Ey, wie ich den gehalten habe. Oh, der eine hat gut... Nein, nein, nein. Alles gut, alles gut, alles gut. Ich helf dir. Stark gespielt. Schön, 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 schön. Sehr gut, sehr gut. Der Baseballspieler macht so gute Arbeit, ne? Einfach unterzahlt. Oh mein Gott. Krank, krank. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Und hier noch mal gute Vorarbeit. Ja, ja. Stark Baseball. Ey, der Baseball spielt jetzt so gut. Ey, ich sag dir ehrlich, der wird auch wahrscheinlich gleich im Finale so crack sein. Ja, er wird im Finale richtig rausrasten, sag ich euch ehrlich. Oh mein Gott, er macht's. Nein, er macht's, glaub ich, fast wieder. Bitte, bitte, bitte. Oh mein Gott. Ey, das ist wild. Es ist wild. Es ist vorbei. Wir spielen gerade vier gegen fünf. Ey. Ich glaub, das ist schon ein Ausgang von denen sogar. Ja, ich glaub, die haben schon aufgehielt. Die sind demotiviert. Das kann ich aber auch verstehen, du bitte. Also, zu wild. So, weg, weg, weg. Krank einfach. Aus dem Weg, Jungs. Ja, soll er machen hier. Irrentor. Irrentor. Na, der macht er natürlich nicht. Oh, schade, 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 schade. Ist egal, ich mach extra noch bitte rein. Pass auf, pass auf, ziel. Guck, 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 guck. Nein, er hält mich fest. Er hält mich fest. Nein. Oh, schade. Mann, ey. Egal. Ey, ihr leugnet durchs Ziel und wir wollen im Finale. Oh, 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 oh. Das wird's, Alter, sie ist wahrscheinlich ganz so krank. Schweif, Schweif wird kommen. Das wird hart. Ja. Mal schauen, zack, die nirgeln. Oh, krass. Ihr Leute, Finale, so wenig hatte ich auch nicht. Ey, das ist krank, das ist echt krank. Was hat dein wenigst... Die Leute hatte ich echt noch nicht Finale. Ich weiß nicht, ich hatte, glaub ich... Ey, du könntest einen festhalten die ganze Zeit und ich muss nur von einem wegrennen. Ja, ja, ich versuch mir ja, safe, safe. Das kann ich nicht schaffen. Das kann ich nicht schaffen. Ja, du musst dich nur von einem wegrennen. Okay, okay. Wichtig, wichtig. Oh, mein Gott. Oh, mein Gott. Guck mal, wenn du die ganze Zeit einen weg... Wir sind ja gleich schnell, weißt du, was ich meine? Ja, safe, safe. Warte, du hast ihn nicht. Nein, nein. Du hast ihn. Nein, nein. Nein, du hast ihn doch. Nein, du hast ihn nicht. Ich hab ihn. Nein. Du? Ich hab ihn. Nein, ich hab ihn. Oh, mein Gott. Okay, okay. Ich versuche, ich einen festzuhalten. Ich halte ihn fest. Warte, warte, ich geh zur Taube. Digga, du musst den Base-Muskel festhalten, glaub ich. Ja, mach, ich mach, ich mach, ich mach. Nein, er hat ihn. Taube hat ihn. Taube hat ihn. Taube hat ihn. Aber kein Problem. Okay, okay. Ist ja am Anfang, warte. Ich versuche ihn auch zu bekommen. Dann gebe ich ihn gleich. Ich, ich hab doch gedrückt. Hä? Ich hab ihn. Ich hab ihn. Ey, ich hab ihn richtig festgehalten. Er cheatet. Schade. Ich hab ihn auch. Ich hab ihn richtig festgehalten. Ja, ja, ja. Egal, alles gut. Alles gut. Nein, er hat ihn. Kein Problem, kein Problem. Ich kann ihn holen von ihm. Er kommt hier rüber. Nein, er ist. Es hat ihn. Er kommt hier rüber. Geh nach links. Geh nach links. Oh nein, der Typ ist nicht weiter nach links. Ey, er wurde auf jeden Fall von dem Ding auf einmal getroffen. Auch richtig. Ja, 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 ja. Egal, alles gut, alles gut. Ey, ich hab die Taube festgehalten. Das ist so schlecht. Okay, ich lass ihn hochkommen. Hä? Die sind schlecht, Digga. Nein, er ist Tauber, die Taube. Warte, warte, ich geh holen. Geh von da. Geh von da. Nein. Ist alles gut, Digga. Eine Minute noch. Oh, ich ging gut. Ich ging hier. Ich ging hier fest. Ich hab doch. Er fliegt runter, er fliegt runter. Warte, der ist da hinten. Alles gut, alles gut, alles gut. Der kommt zu uns, ne? Er geht nach hinten. Er geht ganz nach hinten. Guck. Er sollst du nur langsam Druck machen. Er fliegt. Oh mein Gott. Gehen, gehen, gehen. Gehen, gehen, gehen. Gehen, rein, renn. Hol. Yo, geh, geh. Ich hab, ich hab, ich hab, ich hab, ich hab festgehalten. Ich hab beide festgehalten. Ich hab beide festgehalten. Ich hab beide festgehalten. Du musst jetzt schaffen. Warte. Mach movement. Ich mach movement. Ich mach movement. Ich mach movement. Geh weiter. Geh weiter. Geh weiter. Ich hab den ein festgehalten. Ich hab den ein festgehalten. Der eine geht von da um. Geh weg. Geh weg. Geh weg. Geh weg. Ich hab die festgehalten. Du hast wirklich komplett hier für dich frei. Ich hab die paar Sekunden auch bitte. Ich will es gar nicht bei dir. Du musst es schaffen. Nein. 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 Ich bin runtergefallen. Nein. 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 ich habe ihn so ich habe beide sogar gefühlt festgehalten und dann sind ja das nicht durchgezüchterte die sachen leute schade es war ein das hat das problem ein fehler bei dem game und du hast verloren trotzdem eine runde leute was wir seit sechs ziel hier ab hau darin und ein schatzes gilt ist ich habe mir das gut freigeschaltet wichtig level 28